ja hallo zusammen mein name ist david jonas frei und wir sind hier bei der sendung panoptikum ihr denkt sicher warum sind wir hier im auto das erkläre ich euch gleich wir sind nämlich hier bei bodo bei einem produzenten ich komme raus und zwar sind wir hier bei bodo dem produzenten und seinem kofferraum der hat hier ganz viel material mitgebracht hallo bodo grüße dich genau du hast hier ganz schön viel equipment mitgebracht erzähl doch mal was dazu na ja ich gehe auch nur mal sicher für alle notfälle haben wir was dabei denn in der praxis kommt es oft vor dass ein kabel fehlt eine batterie fehlt eine linse fehlt die kamera kaputt geht oder ähnliches und so haben wir für alle eventuelle eventuellitäten was dabei zum beispiel hier noch mal du hast ja so ein ganz kleines mobiles gerät dabei ist ein stationäres gerät das gleich zehn spuren aufnehmen kann sowas setzen wir zum beispiel auf richtig großen setzen und dann haben wir hier noch mal die kamera mit linsen auch cine linsen dabei wir haben das stativ dabei wir filmen jetzt ja hier aus der hand infolgedessen haben wir das nicht im einsatz und ich habe noch mal mikrofone dabei ständer licht dabei alles was man so braucht ja alles was man braucht für eine kleine tv-sendung aber wenn es dann richtig groß wird für ein set dann reicht ein auto nicht mehr aus denke ich nein dann brauchen wir ein laster und der ist oder vielleicht sogar zwei laster oder auch drei dann ist das beliebig groß und umfangreich je nachdem wie aufwendig die produktion ist und wie viel man geht und wie viel geld man hat genau wenn man schon mal zwei drei laster hat dann braucht man wahrscheinlich auch einen fürs catering ganz wichtig also ja also fast noch wichtiger als das tolle equipment denn mit leerem magen und mit durst spielt und arbeitet niemand gerne genau dann gibt es richtig ärger und stunk das wollen wir natürlich nicht und was ist auch noch wichtig was ist noch wichtig naja die richtige location das ist eine sehr wichtige sache zum beispiel ja was ist deine lieblings location ich sitze am liebsten in restaurants oder in spätis na keine wunde also zu dem thema kann ich auch was sagen und zwar spätis da gehen wir hin ja weil wir haben nämlich heute ja ein film den wir vorstellen der wird in späti produziert ja bodo du hast uns richtig viele informationen gegeben und informationen sind das eine aber das auge ist natürlich wichtig deswegen wollen wir was sehen wir gucken mal kurz in die trailer rein die wir heute besprechen die filme für manche ist es ein anonymer ort für andere ein echter treffpunkt das zentrum des kulturellen lebens im bitzer wir drehen hier unseren episoden film 7 liars dabei spielt eine spätverkaufsstelle eine große rolle spätverkaufsstellen komm lass mich mal wir sind hier in meinem spätkauf weil das leben nicht unbedingt zu den laden öffnungszeiten stattfindet vor allem nicht in unseren geschichten die belle ein trockenes date und rock'n'roll geständnissen das freut mich dass ich mich vorstellen darf schön dass ich mich vorstellen darf obwohl ich mich in zehn jahren sehe schiele knallharte kiezschwestern und ein schusssicherer showdown lindgren eine falsche astrid und eine astreine leiche zwölf stimmt so ambrosia eine göttliche schwangerschaft und karnivalische liefe du bist mein floß am mückelsee du bist der goldene grund der spree klammer eine mittellose schlagersängerin und ein groby das tanzen kann so raus jetzt reicht mir wir brauchen unterstützung das gilt auch für dich bodo wir sind teil des kosmos spätkauf und wir werden davon inspiriert sieben kurzfilme sieben schicksale sieben filmteams und sieben mal dürft ihr raten was uns jetzt noch bitte helft uns diese wunderbare geschichte zu inszenieren wir danken euch schon mal vor guten abend meine sehr verehrten damen und herren und herzlich willkommen mein name ist david jonas frei und ich bin jorgo statis wir freuen uns heute wieder begrüßen zu dürfen bei panoptikum genau und zwar haben wir heute eine extra show im späti in dennis späti warum das so ist das erklären wir gleich deswegen kommt doch mal mit ja willkommen hier im späti und hier sehen wir auch schon die musikerin die wird uns nämlich was schönes vorspielen wir können mal fragen was was werden wir denn heute hören zwei stücke einmal französisch einmal bayerisch eine bunte mischung genau so soll es im späti sein und wir haben nämlich auch zwei sehr schöne filme die wir vorstellen und wir haben hier auch zwei sehr nette späti besitzer und zwar ist das dennis hier hinten und genau und ganz rechts daneben sein kollege hamudi genau sag mal ist es schon mal aufgefallen dass wir hier gerade einkaufen ja das ist dein problem wie mein problem wir müssen ja auch arbeiten ich sag dir gleich mal was dein problem ist okay okay ich weiß nicht wer du bist aber das ist die abstand wir wollten da einfach nur ein bisschen einkaufen ja hier seht ihr die haben einen hamsterkauf vorbereitet wahrscheinlich haben sie angst vor ja das lassen wir jetzt mal weg wir sind hier nämlich in der spezial extra show und zwar eben wir haben zwei filme vorzustellen was haben wir denn genau wir haben ein projekt das heißt schlechte helden und dafür begrüßen wir den tollen regisseur david cremeaux und ich bin ganz gespannt was er uns über dieses projekt zu erzählen hat und ich glaube du hast noch ein projekt was sehr sehr gut zu dieser location passt oder genau deswegen sind wir nämlich auch hier in diesem späti und zwar geht es um spätis in diesem film es ist ein episodenfilm das heißt er spielt nur in spätis und wir werden deswegen den produzenten interviewen und mal rausfinden geht es sowas überhaupt in einem späti einen film zu drehen ja ich bin sehr gespannt ja lieber david schön dass du da bist ja danke für die einladung nochmal wir sind ja auch hier in einem ganz speziellen umfeld ein späti ist ja sehr typisch für berlin du bist ja selbst auch berliner hast du denn was hast du für erfahrungen mit spätis bist du auch jemand der oft in spätis geht oder auch mal sein bierchen im späti trinkt oder wie sieht es da aus vielleicht irgendeine lustige story oh gott ja mein zweites zu hause ne nicht wirklich also ich habe meine studienzeit ziemlich viel zeit in spätis verbracht aber das war ein bisschen fatal ich habe in kreuzberg studiert und dementsprechend gab es einen späti an jeder verdammten straßenecke also da kam es irgendwie nicht drum rum und besondere geschichten im späti habe ich jetzt nicht ich glaube es war eher so die regelmäßigkeit die es ausgemacht hat man kam raus man war durch späti sommer ist ja späti winter späti rhein einfach die regelmäßigkeit ja ich glaube man muss einfach mal in späti gehen und da ein bisschen zeit verbringen und dann kann man das gefühl das lebensgefühl auch von berlin von der ganzen stadt da irgendwie mitbekommen ne und je nach bezirk ist glaube ich auch der späti noch mal ein bisschen unterschiedlich oder je nach straße je nach kiez aber es auf jeden fall glaube ich was was alle berliner leben leben also den späti ja sag mal so die späti verkäufer haben ja auch so einen bestimmten status in berlin ja die jungs sind ja nicht irgendwo irgendwer das sind schon die coolen der straße die jungs wissen meistens echt gut bescheid was läuft und so weiter und du weißt ganz genau dass wenn du dich mit den spätis gut stellst mit den verkäufern da hast du definitiv ein plus in vielerlei hinsicht ich kann es nur empfehlen ja auf jeden fall ich als selbst ich als zugezogener was ja nicht so gern gesehen wird habe die spätis von anfang an direkt ins herz geschlossen du wirst toleriert ja ich werde toleriert danke danke ja wir sind ja auch heute hier um über deinen debütfilm als regisseur tatsächlich zu sprechen schlechte helden ganz tolles projekt ich habe das booklet schon mal ein bisschen durchgeschaut und ins drehbuch reingeschaut also ich freue mich das irgendwann mal anschauen zu können wie kam es zu dem projekt gib mir mal so einen kleinen insight wie das zustande gekommen ist und so weiter und so fort also zustande gekommen ist es weil ich den produzenten kenne und mit dem produzenten habe ich auch studiert gehabt und er hat sich ziemlich weiterentwickelt und hat auch dieses drehbuch geschrieben also autor und produzent ist eigentlich eine person und da wir uns beide so ein bisschen in verschiedene richtungen entwickelt haben und ich mich in richtung regie orientiert habe ist natürlich dann auf mich zurückgekommen weil er wusste dass ich da ein bisschen vorerfahrung mitbringe und ich das noch befließen wollte was super war ist dass ich von meine seite her dass er sich zeit gelassen hat also der hat jetzt wirklich mal vier jahre an diesem drehbuch auch an der geschichte an der entwicklung an den figuren an den dramaturgischen bögen an der stilistik echt gearbeitet also der hat dann gefeilt auch mit verschiedenen leuten so dass ich irgendwann dann da stand und sagte wow also nee da möchte ich jetzt tatsächlich auch echt mitmachen am anfang habe ich es aus einem freundschaftsdienst lichten aspekt heraus gemacht und irgendwann war es so wow okay nee das projekt ist geil und das drehbuch ist super und ich habe total Bock drauf das zu machen weil das ist ein Moor drin auf den freue ich mich einfach nur ja also ich habe ja auch reingeschaut und finde auch dass es schon sehr ausgereift ist tolle geschichte auch mal irgendwie ein bisschen was neues was modernes was man jetzt auch in deutschland nicht so oft irgendwie sieht oder noch nicht so gesehen hat kannst du uns mal kurz skizzieren worum es geht kurz zusammengefasst es ist ziemlich simpel ja wie alle komödien geht es darum dass ein junger mann der aus der guten hause kommt und super faul ist irgendwann den vogel abschießt an einem tag wird aus der uni geschmissen und schafft es tatsächlich ausgrund eines unglaublich blöden zufalls die familie die fabrik seines vaters auf dem das gesamte reich zum beruht einfach in die luft zu springen okay und vorbei und dann geht es los dann geht es los viel action ja viel humor viel action wir haben tatsächlich auch sogar noch eine fahrt also er wird natürlich auch aus seinem milieu gerissen oder reißt sich selbst aus seinem milieu um etwas zurückzuholen das ihm sehr sehr wichtig ist ich möchte noch nicht zu sehr in die details gehen weil das wäre wieder ein bisschen zu vorgegriffen ja ich muss gerade ein bisschen austarieren okay was erzähle ich irgendwas nicht tut mir leid jorgos ich verspreche ich send dir alles nach aber ich bin halt im gespräch mit dem produzenten der hat mich darum gebeten mich da ein bisschen zurückzuhalten klar wir wollen auch nicht alles verraten aber für unsere zuschauer natürlich auch ein bisschen was ne einen kleinen happen geben dass die sich auch auf den film freuen können okay ein kleiner happen wir haben einen superstar da und dieser superstar ist ein lama lama interessant verrückt ich glaube da sind die zuschauer schon gespannt was da mit diesem lama passieren wird im film und ich habe auch gesehen dass ja relativ viele rollen zu vergeben sind in diesem film also viele schauspiele werden auch benötigt wie schaut es da mit dem cast aus kannst du darüber schon was verraten ja also auch da wiederum darf ich nicht in die details gehen aber ich kann dir vielleicht kurz mal ein bisschen was über die entwicklung erzählen das ganze hat gestartet erstmal mit kleinerem projekt und hat sich dann aber auch im laufe des letzten jahres jetzt völlig weiterentwickelt ja wir hatten erstmal angefangen mit sehr Kollegen die uns ja freundschaftlich gesinnt sind und der produzent und autor hat irgendwann gesagt nee du lass mal das machen wir jetzt richtig und jetzt haben wir es tatsächlich geschafft einen cast heranzuholen der auch in der filmindustrie oder filmbranche ziemlich gut positioniert sind also wir haben keine unbekannten menschen tatsächlich jetzt mit dabei die uns da bei dem projekt unterstützen vor der kamera ich darf leider nichts erzählen es tut mir leid es tut mir leid aber die leute die kommen werden sind sehr spannend ja da müsst ihr euch zu hause vor dem fernseher noch ein bisschen gedulden aber das werdet ihr alles bald mitbekommen ja wann wann wird denn überhaupt gedreht und wie wie schaut die planung jetzt noch aus die weitere also wir sind jetzt schon in vorbereitung wir haben sogar morgen noch ein casting dann läuft das ganze weiter wir haben das ganze zerstückelung des ganzen projekts mit der kamera und der technik und so weiter im laufe des monats drehbeginn ist für den 5. september angesagt ok und bis zum 20. september und dann geht die postproduktion los und postproduktion glaube ich ist bis november dezember angesagt oder dann können die zuschauer nächstes jahr damit rechnen ja das projekt soll ja auch auf jeden fall im kino erscheinen und das ist ja dein debüt spielfilm ja wie wie fühlst du dich da dabei so fühlst du dich gut vorbereitet und ja lust hast du natürlich sonst würdest du es nicht machen aber ich sag mal was 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 verbindest du damit jetzt ist ja auch eine große sache so ein debüt spielfilm sag ich mal ja total also ich muss sagen ich habe einen riesen vorteil ist halt ich kenne den autor haha und ich kann so ein bisschen in seinen kopf reinschauen und wir teilen auch sehr sehr viel künstlerisches dementsprechend habe ich eine ziemlich klare idee davon was da gefordert wird und was gefordert wird das kenne ich halt ja und dementsprechend fühle ich mich auch schon recht familiär damit ziemlich gut aufgehoben es ist halt wirklich eine mischung zwischen Comic ziemlich komödiantischen spiel und sehr sehr ernsthaften elementen und dieses spannungsgefüge macht eigentlich die besonderheit dieses dieses films aus wir springen ständig von einer aktionsreichen witzigen komödiantischen Szene über zu einem Moment wo der Protagonist dann wirklich sehr sehr ehrlich auch seinen Kummer betrauert und seine Situation wirklich mal von oben beleuchtet und auf sehr naive Art und Weise weil der Protagonist einfach jung und sehr naiv ist und der ganze Film dadurch auch dadurch dass aus seiner Perspektive erzählt wird insgesamt eine sehr große Naivität bekommt was ich aber toll finde weil dadurch eine unglaubliche Dynamik und Spritzigkeit und ja Vitalität einfach in dem Film drin ist schon im Drehbuch drin und genau für mich ist die Herausforderung diese Vitalität die im Drehbuch drin ist auch wirklich jedem einzelnen Schauspieler mitzugeben dass er sie dann auch bestmöglich verkörpert und über die Leinwand unserem Publikum dann vermittelt Ja, du hast da ja auch sag ich mal eine große Stärke weil du selbst ausgebildeter Schauspieler bist deswegen wird es für dich auch sag ich mal einfacher sein den Schauspielern das zu vermitteln oder? Ja, tatsächlich also mein Hintergrund der schauspielerischen Ebene ist mir auf jeden Fall von ganz großem Vorteil vor allen Dingen weil dieses dieser Film auch sehr sehr schauspielerisch lastig ist natürlich hört ja jetzt jeder sagen jeder Film ist schauspiel-lastig dieser nochmal insbesondere weil er einen bestimmten Schauspielstil hat den ich halt von dem Autor kenne und dadurch ist einfach eine gewisse Gemeinschaftlichkeit ein gewisses Verständnis einfach da das sehr sehr leicht macht Ja und nochmal ein anderes Thema und zwar wie sieht es mit der Finanzierung von dem Film aus? Also ich habe gesehen dass ihr auch eine Crowdfunding Kampagne gestartet habt kannst du darüber was sagen wie läuft es da wie sind die Einnahmen wirst du wahrscheinlich nicht bisher noch nicht verraten dürfen aber vielleicht einfach mal so ein bisschen drauf eingehen Ja sagen wir uns so viel wir haben schon einiges zusammen es darf gerne noch ein bisschen mehr werden es sollte vielleicht sogar noch ein bisschen mehr werden zur Zeit haben wir das ganze stemmen können mit sehr viel sehr viel sehr sehr viel Wohlwollen von allen Protagonisten angefangen vom simpelsten Step von der Regieassistenz Autoassistenz über zur Kamera Hauptkamera und so weiter und alle machen mit dadurch lebt das Projekt ja aber und das finde ich auch echt toll sehr familiär auch eigentlich ja ganz genau also das gesamte Team ist wirklich an der Realisierung dieses einen Projekts dieser einen Vision total interessiert und es ist mit dabei dementsprechend wird das Projekt auf jeden Fall stattfinden es ist aber natürlich was anderes für jeden einzelnen wenn es die Möglichkeit gäbe auch ein Stück weit im Vorfeld eine gewisse Entlohnung zu kriegen und vielleicht das Catering nicht ausschließlich aus Brot, Chips und Wasser bestehen zu lassen sondern vielleicht auch mal einen Saft zu haben und das ist das wo wir jetzt gerne darauf hinarbeiten wollen würden und da richte ich mir ich nutze mal kurz die Gelegenheit wenn ich darf würden wir uns natürlich freuen wenn sie uns vielleicht auf die eine oder andere Art und Weise unterstützen würden wir sind für alles dankbar genau das wollte ich sagen wenn die wenn die Zuschauer Interesse haben so ein tolles Projekt zu unterstützen wie können sie denn bei Crowdfunding also wo finden sie das das finden sie auf Kickstarter wenn ich mich nicht irre auf Kickstarter schlechte Helden und dann finden sie uns eigentlich recht schnell ok und ich glaube einen Instagram Account habt ihr auch ne? ja weißt du wie der heißt? oh Gott schlechte Helden oh da musst du mich nochmal anfangen Jörg ist jetzt schießt mir gerade ein Ding voll erwischt ich muss gegenstehen Finanzen sind nicht so mein absolutes Oberthema ich verfolge das von Weitem ich bin wirklich eher dann zur Zeit mit den Skripten bei der Kamera unterwegs ich glaube es ist schlechte Helden Instagram Account ich guck nochmal nach ich glaube ich glaube ich war ich war vor ein paar Tagen sogar drauf ja ich glaube schlechte Helden unterstrich der Film wenn ich mich nicht täusche ja schlechte Helden unterstrich der Film ok ich bin da relativ aktiv auf Instagram und ja ich habe mich auch über das Projekt natürlich ein bisschen informiert und wenn ich mich nicht täusche ist das der Instagram Tag ja super und ich habe auch vorher natürlich ein bisschen gelesen mir alles angeschaut und habe gesehen dass ihr auch sag ich mal auf technischer Warte sehr groß auffahren werdet also das hat man ja auch nicht alle Tage bei so einem Projekt was jetzt über Crowdfunding und so weiter finanziert wird ja kannst du mal ein bisschen was über die Technik sagen vielleicht auch ein bisschen so erklären dass die Zuschauer das vielleicht verstehen die nicht so im Filmbusiness sind ich mach es mal ganz kurz ja ein Wort geil es ist unglaublich ne ehrlich ist der Wahnsinn ja die Jungs haben gestartet mit ein paar Canon Spiegel Reflex Kameras und haben dann so weit gegraben ja sind so weit gegangen dass ich jetzt mittlerweile bei ARRI gemeldet habe also für unser Publikum nochmal wie du mich gebeten hast ARRI ist so ein bisschen der Mercedes ne ne nicht Mercedes ja langweilig Rolls Royce unter den Kameras ja und ARRI hat uns die gesamte Technik zugesagt das heißt wir werden wirklich einen qualitativ hochwertigen Film drehen der auch in der Lage ist allen Industriestandards mehr als zu genügen das ist erstaunlich ja wir gehen gerade ins Rennen mit Grundvoraussetzungen die sind ich sag es mal vorsichtig unüblich wirklich also ARRI das sind ja auch die Kameras mit denen Hollywood Filme gedreht werden oder? RED und ARRI das sind die beiden Systeme die generell benutzt werden um wirklich die ganz großen Filme zu drehen und wir haben die Möglichkeit jetzt einfach mal unseren Film damit umzusetzen und mit einem super professionellen Cast dessen Namen ich leider nicht nennen darf aber mit professionellen Cast und das sind alles Grundvoraussetzungen gutes Drehbuch Cast und Technik die mich einfach wirklich immer wieder begeistern ich kann es gar nicht anders sagen Liebes Publikum schlechte Hellen ja also schau dich den Film an nächstes Jahr wird es soweit sein da kann kann die Hollywood Reife sich sehen lassen auf jeden Fall ein bisschen Arbeit haben wir noch ganz so ist es noch nicht aber wir sind auf jeden Fall auf sehr sehr guten Wege toll ja anderes Thema also natürlich auch Film aber ich sag mal du bist Berliner Panoptikum ist ja eine Film Show die auch viel mit Berlin zu tun hat wo wir generell Berliner Gäste meistens da haben hast du denn andere sag ich mal Filme oder Leute auf dem Schirm in Berlin sag ich mal neue Projekte die du gut findest die sich die Zuschauer vielleicht auch mal anschauen können irgendwas was du noch toll findest spontan jetzt ja spontan aus dem Bauch heraus muss ich dir sagen finde ich hat Berlin in der jungen Film-Macherszene unglaublich interessante Leute mit denen wir jetzt zusammenarbeiten durch die Arbeit habe ich ein paar kennengelernt und die finde ich super spannend viel mehr kenne ich leider nicht weil ich ganz andere Projekte mache und eigentlich sehr sehr projektbezogen mich in Kontakt setze mit den Leuten generell jetzt was mich interessiert ist Netflix es klingt jetzt richtig blöd und absolut assig aber ich bin totaler Netflix-Fan und ich habe noch nicht allzu viele Berliner Filme darin gesehen deswegen bin ich ein bisschen außen vor aber ich kann nur sagen unser Team ist super alles Berliner Leute und die sind geil super super ja natürlich aber Netflix wenn du Netflix ansprichst da gibt es ja zurzeit auch relativ viele andere deutsche Formate zum Beispiel die Serie Dark ist ja eine deutsche Produktion die ziemlich viel abreißt ich wollte das sagen ja hast du geschaut? ja finde ich super hast du geschaut? die erste deutsche Produktion von der ich sagen würde scheiße die haben es geschafft wirklich die haben es wirklich geschafft ja die geht auch wirklich gerade weltweit durch die Decke muss man sagen also nur super Kritiken viel Medienpräsenz also super haben sich neidlos verdient die Jungs haben eine klasse Arbeit geleistet auch da wieder Cast 1A Kamera 1A Geschichte super ne also haben sich nur verdient und sind tatsächlich mittlerweile auf dem Niveau wo man sagen würde ich gucke mir Stranger Things an ich gucke mir Dark an ich bin super gut unterhalten ich finde es super genau also der Unterschied zwischen amerikanischen Produktionen und anderen Produktionen sei es jetzt deutsche oder andere europäische Produktionen oder auch asiatische Produktionen der wird immer geringer ne und das auch die Schelte auf Netflix und ganze Streaming Plattformen ist ja auch oft groß aber das sind dann die positiven Aspekte oder? ja aber auch zu Recht also mein Gott man wartet auch schon seit Jahren wir zahlen ja alle irgendwie Gebühren für das öffentliche Fernsehen und man sagt das ist nötig und so weiter und so fort aber wenn man dann als simpler Konsument einfach davor steht ja und amerikanische Produktionen mit deutschen Produktionen vergleicht und nicht weiß dass das ganze irgendwie budget related ist dann hat man natürlich einfach den Unterschied an Qualität sag ich mal unterhaltsames Wert ja natürlich kann man jetzt rumschreiten und sagen okay aber Bildqualität ist ja nicht alles es geht ja um die Geschichten und so weiter aber es macht trotzdem viel aus es ist ein Sehgenuss den glaube ich wir als moderne Zuschauer einfach mitbekommen haben und die einfach sehr viel ausmachen beim Genuss selbst auf jeden Fall entscheidet sich komischweise in den ersten paar Sekunden ne ja ja und vor allem auch die jüngere Generation sage ich mal die wächst ja damit auf und für die ist das ganz normal also die schauen vielleicht die Serien und können gar nicht mehr unterscheiden das ist jetzt eine Hollywood Produktion oder eine deutsche oder eine italienische Produktion das ist ja auch was Tolles eigentlich und genau darum geht es dass man nicht mehr sagt okay das ist deutsches Bild mhm jetzt gucken wir mal was kommt ah und innerlich schon irgendwie die Grätsche macht sondern echt mal im Gegenteil sagt okay das ist eine deutsche Produktion warte mal was haben die diesmal gemacht ah die haben doch immer so bestimmte Schauspieler auf eine bestimmte Art und Weise ist speziell aber irgendwie spannend ja und dass man nicht im Vorfeld schon qualitativ völlig abkackt und eine Art von Lustlosigkeit beim Zuschauer bewirkt ja das und da sind sie auch mit Dark auf jeden Fall ein ganz großer Meilenstein auf dem besten Wege ja weil es war ja auch so dass jahrelang gesagt wurde ah gerade von jüngeren Leuten ich schaue mir keine deutschen Filme keine deutschen Serien an so weil die Optik und die Themen immer so ein bisschen ähnlich waren und auch einfach nicht mithalten konnten sage ich mal ja und ich denke mal das ist auf jeden Fall ein toller und positiver Aspekt und das macht glaube ich vielen jungen Filmemachern in Deutschland und weltweit auch Mut und ja ich denke mal schlechte Helden wird auch so ein Projekt sein was auf jeden Fall da mithalten kann und genau das ist auf jeden Fall das Ziel das war ein bisschen die Idee dahinter und deswegen sind wir auch so unglaublich glücklich über die Ari und den Cast ja wir haben für uns jetzt wirklich alle Grundvoraussetzungen dafür geschaffen dass wir in der Lage sein werden tatsächlich mal unser kleines Statement in dieser ganz großen Debatte zu setzen aber ich will man soll den Tag auch nicht für den Abend loben natürlich ja lieber David ich weiß du darfst nicht zu viel vorweg nehmen über das Drehbuch und den Inhalt aber damit wir den Leuten zu Hause auch ein bisschen was geben dass sie sich auf den Film und den Inhalt freuen können sag uns doch nochmal ganz kurz worum es denn geht also kurz zusammengefasst geht es um Finn unser Hauptprotagonist junger Hauptprotagonist zwischen 18 und 25 Jahre alt verliert innerhalb von 24 Stunden alles ja kommt aus sehr wohlhabenden Hause wird enterbt hat ein paar Freunde verliert seine Freunde und zum zur Krönung des Ganzen ist dass sein Lama dass er seit seiner Kindheit besitzt abgegeben wird und zum Schlachthof dem Schlachthof verkauft wird ok und er dann nochmal loszieht und versucht sozusagen irgendwie sein Lama sein armes Lama das für 1500 Euro also kein Geld verkauft worden ist zu retten ok Lama beim Schlachter klingt brutal und verrückt aber das überlassen wir jetzt erstmal der Fantasie der Zuschauer und die sollen sich dann einfach den Film anschauen ja ich habe auch gesehen dass sehr sehr viele Drehorte schon sag ich mal feststehen brauchen es ja auch bei so einem sag ich mal aufwändigen Drehbuch kannst du uns da vielleicht einen kleinen Insight geben wo denn so gedreht wird was ihr da für Locations vielleicht schon habt oder welche ihr noch braucht ja also unsere Drehorte tatsächlich sind gar nicht so viele aber dafür sind sie sehr exquisit wir haben unglaublich schöne Plätze gefunden ein Platz den ich ziemlich spannend finde ist ein Lama Hof in Brandenburg da haben wir unser geliebtes Lama Lama Hof in Brandenburg wusste ich gar nicht dass es sowas gibt aber interessant ja du glaub mir es gibt einiges was wir da erfahren haben sehr spannend sehr spannend wie zum Beispiel eine Fabrik in die Luft fliegt und so weiter haben wir auch alles erfahren aber nur ganz nebenbei dann haben wir es geschafft eine Universität für uns gewinnen zu können dessen Namen ich leider auch nicht nennen darf natürlich das alte Spiel meine Linie ja es kommt alles nach ich verspreche es Ihnen die uns tatsächlich ihre Lokalitäten ihre Studienlokalitäten zur Verfügung stellt wir haben einen original Vorlesungssaal mit historischem Hintergrund der uns dafür zur Verfügung gestellt werden wird was noch ja und dann haben wir eine ziemlich interessante Fabrik eine Fabrik stillgelassene Fabrik in der alles mögliche passieren wird so auch die Schlachtung und so Slamas nein das war ein Spaß ha Spam nein mit oder ohne Special Effects mit Special Effects ganz vielen Special Effects Splatter das ist eigentlich doch ein Horror Movie keine Komödie konnten uns nicht zurückhalten ging einfach nicht anders nein also kein Splatter es ist kein Horror Movie aber es werden sehr viele Special Effects tatsächlich zum Tragen kommen wir haben einen Special Effects Artists der mit an Bord ist der das Ganze übernehmen wird und ja in dieser für stillgelassenen Fabrik werden wir halt auch drin super klingt gut also wirklich viele große und aufwändige Locations wie das jetzt klingt ich glaube da können wir alle gespannt sein ja David vielen Dank vielen Dank dass du zu Panoptikum gekommen bist dass du hier in Dennis Späti gekommen bist und mein Gast warst Prost erstmal nochmal schön war's ebenfalls und ja sag doch nochmal für alle die gerne den Film unterstützen möchten wo kann man das machen wo ist diese Crowdfunding Kampagne zu finden also wir haben Kickstarter und wir haben Startnext Startnext merken sie ja Startnext da haben wir unsere Crowdfunding Kampagne gerade laufen wenn sie uns unterstützen wollen sind wir natürlich für alles dankbar sehr sehr dankbar tatsächlich aber sie können uns auch einfach nur unterstützen dann darf ich weiter ja also wenn sie Lust haben gehen sie einfach auf Instagram schlechte Helden minus der Film der Film da finden sie uns auch und wenn sie uns einfach abonnieren kriegen sie ganz viele aktuelle Informationen über das was wir gerade machen über das was gerade vielleicht nicht funktioniert nein das werden sie nie herausfinden nein aber da kriegt man nochmal bestimmte Insights die vielleicht der anderen Öffentlichkeit nicht vermittelt werden werden Blick hinter die Kulissen wie man so schön sagt danke genau Blick hinter die Kulissen und ja super ja meine lieben Gäste unterstützen sie schlechte Helden schön dass sie bei Panoptikum eingeschaltet haben und das war's von uns David Grimaud und mir im Späti Dankeschön Jorgostates und David Grimaud euch noch ein schönes Gespräch und wir gehen jetzt weiter im Späti und zwar ein sehr wichtiges Thema wir fragen mal den Besitzer Dennis und zwar gibt es eine neue Regelung also so neu ist sie nicht aber im Moment wollen sie die kippen und zwar dürfen die Spätis sonntags nicht mehr aufmachen oder nur noch unter strengen Auflagen wir fragen mal Dennis was hältst du denn davon ja das ist scheiße dass man sonntags nicht mehr aufmachen darf ja super scheiße weil das ist ja umsatzsteigste Tag genau ja das ist richtig scheiße aber zum Glück haben ein paar sich zusammengetan und wollen dieses Gesetz über den Haufen schmeißen und das ist sehr wichtig für Berlin weil Spätis und Berlin ist ja ein und alles deswegen Standard genau aber es gibt da eine Lösung und was könnte die Lösung sein? ich würde sagen Revolution ja ich finde auch Revolution was hält ihr? was hält ihr dir davon? Revolution ja klar ja 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 dann lasst uns doch mal was für anhören von der Melanie hier haben wir Revolution La Révolution La Révolution La Révolution La Révolution Commence Se réveiller Se lève Pour vos droites Allez dans la rue Faites entendre votre voix La Révolution La Révolution La Révolution La Révolution Commence Arrêtez de vous mentir et de vous cacher Derrière vos excuses Laissez le passer derrière vous Avec toutes les luttes du pouvoir La révolution, la révolution, la révolution commence Arrêtez les discussions sans fin Qui se perdent dans le néant Le temps est venu de se réveiller enfin Offrez vos cœurs à nouveau chemin Offrez vos cœurs à nouveau horizon Offrez vos cœurs à de nouvelles relations La révolution, la révolution, la révolution Offrez vos cœurs à nouveau Merci, merci Melanie Und hast du uns noch etwas mitgebracht? Einen bayerischen Song Und zwar mein klebriger Fan und ich Genau, also ich löse gleich auf Es handelt sich um eine Schnecke, der ich auf einem Konzert, auf einem Gig begegnet bin Und die hat dann irgendwann angefangen mit mir zu kommunizieren Und ja, daraus ist dieser Song entstanden Und besonders bei dir ist noch, deine Gitarre hat nämlich einen Namen, richtig? Genau, ja Ich habe sie irgendwann mal gefragt, wie sie heißen will Und dann hat sie gesagt, sie heißt Frieda Ich habe mir gedacht, sie findet vielleicht noch einen anderen Namen, aber sie ist bei Frieda geblieben Das gefällt vor allem unseren Gästen, bayerisch? Ja, völlig Ich finde es gut, sowas sieht man wirklich nur in Berlin, oder? Ja Einfach so wie spät die mal, ist cool Ja, dann lass uns mal hören Unter mir heißt der nackerte Schneck Auch am hoßbedeckten steinigen Fleck Für Stufen hat's schon bezwungen Und meine Poore, ja klummen Sie schleimt sie nach zum Meer Neben mein halbe Bier Denn jeder weiß, dass Schnecken sind ganz heiß Aufs Bier wie ein wild gewordenes Tier Ich sing von der großen weiten Welt Und sie erzählt von ihrem verlorenen Schneckenzeit Das hat's auf dem Weg hierher verloren Daher glaub ich jetzt alle, sie ist nachher geboren Schon langsam wird's ein bisserl neblig Ich warne ja ewig klebrig Mein klebriger Fan und die Wenn ich nun Wer du Sie sperrt ihre Lausche auch Wie mir zu Eher im Gleichschritt hin und her Sogar beim Refrain Mit so'n Summen Eher mit so'n Brummen Denn Schnecken müssen sich eine Stunde vorher einsingen Bevor sie ihre Stimme zum Klingen bringen Ganz zärtlich liebe Töne kommen also hervor Aus ihrem kleinen Stimmlabor Irgendwann geht weg ich dem Ende zu Mein klebriger Fan sagt ihm nur Ich will nicht weg von dir Und deinem leckeren Bier Ich hör dir weiter hinzu Und begleite dich bei deiner Tournee um die Welt Auch ohne mein Schneckenzelt Auch ohne mein Schneckenzelt Sauber jetzt stehen wir da Mein klebriger Fan und ich Was soll ich jetzt noch machen Mir ist gewiss nicht mehr zum Lachen Da geb ich meinen Fan ein Autokranken her Und mein restliches Bier Für Notfälle zum Beispiel Liebeskummer Auch noch mein Handynummer Zum Schluss krieg ich auch noch Einen klebrigen Schmerz auf meine Wange Mir wird ganz bange Dann starte ich schon zum nächsten April Los, da muss ich ins Nachbartortfluss Und wer sitzt schon wieder in der ersten Reihe Mein klebriger Fan Oh wei Oh Oh Mai Superherrlich, herrlich Ich habe nicht alles verstanden Aber es fand sehr lustig Und gibt es noch eine Zugabe? Eine Zugabe? Könnte man einen englischen Song nehmen? Ja, bei Späti Die Hälfte der Kunden sind so ein Kreuzberg Neuköll-Engländer oder Amerikaner Spanier, die Englisch reden Die verstehen das auch Das wäre doch schlimm, oder? Ja Was leichtes mit ein bisschen Liebe drin Genau Okay Der Song heißt Just Just Und bitte Just One day Just Just One love Just One kiss And just One dream Just One dance Just One dance One smile Just One touch And just And just One night Just One night You Just You Me My dreams Come true Come true Only Come true With you Just You and me Just You and me Just You and me You and me You You and me You and me Kann man dich auch irgendwo hören? The next You and me 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 S Geschichte beschäftigt hat. Sie haben erst mal allein angefangen, die Geschichten zu schreiben, waren sich aber schon von vornherein darüber im Klaren, dass sie nachher einen Episodenfilm produzieren wollten. Deswegen wurden die Geschichten schon etwas aufeinander zugeschrieben, aber dass es von Anfang an als Episodenfilm konzipiert gewesen wäre, war nicht so. Deswegen musste da noch einiges an Arbeit investiert werden. Ja, also da gab es so einen richtigen Writers' Room. Ja, genau. Als Writers' Room bezeichnet man so eine Art Gruppenarbeit von Autoren. Sie sich zusammentun und darauf achten, dass ihre einzelnen Geschichten nachher ein harmonisches Gesamtwerk ergeben, ohne natürlich, dass die Einzelgeschichten ihre Identität verlieren würden. Ja, das finde ich sehr spannend. Und vor allem spannend finde ich, es ist nicht so hierarchisch wie sonst. Also es gibt keinen Chefautor, soviel ich weiß, oder? Na ja, gut. Es gibt Leute, die sich sehr engagieren und die haben dann zwangsläufig etwas für eine Rolle und so war es dann letztendlich hier auch. Also da hat einer mehr so organisatorische und koordinierende Aufgaben übernommen, aber die Identität der Autoren ist erhalten geblieben und es ist im wahrsten Sinne des Wortes ein gemeinschaftliches Werk geworden. Ja, sehr spannend und da sind ja auch sehr viel unterschiedliche Autoren am Werk und das sieht man wahrscheinlich dann auch in den Episoden, die gedreht werden wahrscheinlich jetzt Ende Jahr, wenn ich das richtig in Erinnerung habe. Und wie ist das denn so? Also diese verschiedenen Handschriften habt ihr euch dann entschieden? Wir machen jetzt nur Komödien, wir machen viel Action oder wie habt ihr euch da verständigt auf einen Nenner oder jeder macht sein Ding? Ja, die Autoren haben wie gesagt zuerst mal ihre eigenen Geschichten geschrieben und dann hat man sich dran gesetzt und hat geschaut, ob diese Geschichten zusammenfinden und die müssen schon eine gute Teamarbeit gehabt haben, denn das Zusammenstückeln der Geschichten war kein Stückwerk, sondern hat nachher einen wunderschönen Episodenfilm ergeben. Also ist ein richtiger Rhythmus drin, es hat ein Anfang, ein Ende, eine tragende Linie, einen gemeinschaftlichen Ort, an dem diese Geschichten stattfinden. Es hat also alles, was einen Episodenfilm ausmachen sollte. Ja, sehr spannend und spannend auch, wie kommst du denn zu diesen Seven Liars? Ja, die haben jemanden gebraucht, der ihnen so ein bisschen Finanzierung, Organisation und Arbeit abnimmt und da bieten sich Produzenten für an und das machen wir ja gerne. Also haben sich da zwei Partner gefunden, Autoren, die einen Produzenten brauchten und einen Produzenten, der Stoffe brauchte und ich habe jetzt nicht nur einen Stoff bekommen, sondern sieben auf einmal. Besser geht es eigentlich gar nicht. Ja, sehr herausforderungsvoll. Und wie ist das eigentlich? Wir bei Panoptikum sind ja eigentlich auch für junge Filmschaffende und auch du bist eigentlich ein junger Filmschaffender und zwar studierst du ja auch noch Produktion, hast vorher sehr viel anderes gemacht, aber auch Organisation. Ist das für dich so ein fließender Übergang gewesen und hast jetzt gedacht, nach so vielen Jahren organisieren, kann ich auch einen Film organisieren oder wie kommt das dazu? Naja, ich wollte Filme machen und habe relativ schnell festgestellt, dass Filmemachen nicht so einfach mal aus dem Handgelenk geht und man kann versuchen, sich da eine Crew für zu heuern. Das ist nicht einfach und sehr teuer und da habe ich gedacht, naja, probiere ich es selber mal und bevor ich es mal selber probiere, muss man es richtig lernen und deswegen bin ich an eine Filmschule gegangen, wo ich jetzt Learning by doing richtig mal durchexerziere, wie nicht nur Organisation, sondern Produktion geht, was ja ein bisschen was anderes ist. Das ist vieles auf einmal. Man muss Kenntnis natürlich von den Gewerken haben, man muss Kenntnis von den Menschen haben, von den Geschichten, von all dem, was Film ausmacht und dann kann man mit Organisationstalent auch punkten, aber ohne Kenntnis des Handwerks geht es halt einfach nicht und das musste ich zuvor zuvor erst lernen. Ja, vor allem ist es, glaube ich, ein sehr spannender Beruf, weil du hast, du kommst ja aus der Wirtschaft, du hast eben diese Organisation, aber du hast auch die Kunst da drin und das unter einen Hut zu bringen, weil vorher warst du wahrscheinlich auch sehr viel mit Leuten beschäftigt, aber man verständigt sich dann auf, du musst das erledigen, was bei der Kunst wahrscheinlich nicht so einfach ist so. Ja, ich habe früher viel Startup-Unternehmen gemacht, auch Börsengänge und da sind die Vorgänge schon deutlich anders. Das waren nicht künstlerische Projekte. Hier haben wir es zwar auch mit Projekten zu tun, die eine wirtschaftliche und eine organisatorische Komponente benötigen, aber wir haben natürlich auch das künstlerische Element und das muss man alles zusammenbringen, was nicht so ganz einfach ist. Das hätte ich nicht gedacht, dass das so schwierig ist, aber jetzt erfahre ich es am eigenen Leib und das ist auch gut so und es macht sehr viel Spaß, weil man unterschiedliche Menschen, unterschiedliche Gewerke, unterschiedliche Ansprüche unter einen Hut bringt und das macht mir und hoffentlich allen anderen auch viel Spaß. Ja, der Spaß ist sehr wichtig. Ja, auch bei der Filmshow Panoptikum, wir haben ja auch Jorgos-Statis, der immer mit seinen Getränken für sehr viel Spaß sorgt und das ist auch wichtig beim Filmdreh. Man geht meistens ja was zu trinken danach, es gibt dieses Schnapstrinken, was ja so ein bisschen Brauch ist und wir haben hier auch, wir sind hier im Späti, ich habe auch hier was mitgebracht. Ja, endlich. Ja. Ich habe gedacht, das Bier kommt schon gar nicht mehr. Genau, natürlich. Kann ich dir das mal schnell geben. So. Ah, das ist ja schon öffnet. Gott sei Dank. So. Ja, dann lass uns doch mal anstoßen. Prost auf dich, Prost auf euch, Prost auf das Projekt. Prost auf dich, 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 Pr Die Regisseure, die Krawallmacher, die einen zugegebenermaßen natürlich berufsmäßig definierten künstlerischen Anspruch haben und die dann oftmals Geschichten gerne komplett umschreiben, komplett das Budget sprengen, komplett sich verwirklichen, komplett manchmal sich mit anderen nicht verstehen. Aber das sind eher Ausnahmen. Bei dem Projekt habe ich den Eindruck, als wollten alle den Erfolg und damit auch natürlich den Kompromiss und auch den künstlerischen Kompromiss natürlich. Ja, das ist sehr wichtig, dass alle am gleichen Strang ziehen. Und was wird das denn für einen Film? Ja, es wird etwas typisch Berlinerisches natürlich. Klar, wir sind hier im Späti, berlinerischer wird es also kaum mehr. Und es ist natürlich auch die gesamte Bandbreite der Berliner Geschichten. Wir haben Liebe, wir haben Rauschmittel, wir haben das Arbeitsamt, wir haben Musik. Es ist komplett alles dabei. Alles mit einem Berliner Flair und einem typischen Berliner Hintergrund. Hier im Hintergrund sind unsere Leute unterwegs. Die krabbeln hier gerade unter den Kameras durch. Leider können wir das nicht zeigen. Aber was herrlich ist in unserer Sendung, wir haben so viel Berlin, wir haben Spätis, wir haben schlechte Helden, was auch in Berlin stattfindet und in Brandenburg. Ja, wir sind schon sehr typisch für Berlin. Aber du kommst auch nicht aus Berlin. Also wir von überall her machen Berlin auch so ein bisschen, oder? Ja, natürlich. Also der typische Berliner ist ja kein Berliner. Wir sind zwar eine Millionenstadt, aber man begegnet den eingeborenen Berlinern nicht auf Schritt und Tritt. Ja, und Dennis heute kennengelernt. Natürlich. Es gibt die eingeborenen Berliner natürlich auch. Aber die Berliner sind sehr tolerant und integrieren uns ziemlich schnell. Also ich brauche keinen brandenburgisch-berlinerischen Dialekt zu lernen, um mich hier zu bewegen, sondern ich komme mit meinen Macken und den Macken aller anderen also ganz gut zurecht und die mit Bier. Ja, und da wir gerade was trinken, was trinkst du denn am liebsten? Du kommst ja aus verschiedenen Regionen von Deutschland aufgewachsen. Dann bist du eher in NRW sogar. Und auch dann später in München, soviel ich weiß. Wo hast du dich angesiegelt? Beim Starkbier oder beim Weißbier? Also tatsächlich. Mein Vater war Brauereidirektor jahrelang. Also ich habe sogar eine Diplomarbeit über Bier geschrieben. Aber dass ich jetzt Tag und Nacht Bier trinken würde, kann ich nicht sagen. Ich halte es so wie jeder guter Brauer. Ich trinke das Bier, das es rund um den Brauereischornstein gibt. Und das ist immer das lokale Bier. Und in Berlin ist es natürlich das Berliner Bier. Und wenn ich mal besonders großen Durst habe und nochmal Auto fahre oder mich verausgabt habe, dann trinke ich gerne ein alkoholfreies Hefeweizen. Und soweit ich weiß, gibt es das von keiner Berliner Brauerei. Also wird es dann was anderes. Nee, das gibt es, glaube ich, noch nicht. Aber sehr gute aus Bayern. Ja. Sag jetzt keine Namen. Weizenbier ist ja eine bayerische Erfindung oder Stärke. Also vor 20 Jahren gab es das außerhalb Bayerns nicht. Und mittlerweile ist das, glaube ich, etwas Internationales geworden. Nicht nur in Deutschland, sondern sogar im Ausland. Und es gibt sogar in manchen Kneipen Weißbier vom Fass. Was bei der vielen Kohlensäure, die in dem Bier drin ist, ein Kunststück ist. Zumindest beim Zapfen. Ja. Dann trinken wir gleich noch einen. Aber zuerst noch, was wünschst du dir für das Projekt? Oder wohin geht es mit dem Projekt? Und kannst du uns noch so ein bisschen einen Eindruck geben, was für einen Film wir sehen werden? Also wir sehen ja sieben Episoden. Was haben wir alles für Genres da drin? Und ja, was ist so das Zuckel? Was hast du uns schon so einen Ausblick? Irgendwie gibt es irgendwie einen Überraschungsgast oder irgendwas? Also ich kann auf jeden Fall behaupten, es ist für jeden, aber auch wirklich jeden was dabei. Ich habe es schon gesagt, wir haben einen Liebesfilm. Wir haben Komödie. Wir haben einen echten Slasher-Film, wo das Blut nur so spritzt. Wir haben Musik. Also auch die Leute, die Schlagersänge hören wollen, kommen auf ihre Kosten. Also so gesehen, wenn jemand Unterhaltung sucht, ist er ganz gut bei uns unterwegs. Zum Zweiten. Er erfährt was über Berlin, über die Location. Er erfährt was über typisch Berliner Charaktere. Und er erfährt etwas über Berliner Lebenssituationen. Wir haben also das komplette Programm. Also Leute, die etwas über Berlin lernen wollen, die dabei gut unterhalten werden wollen, sind gut mit uns bedient. Ja, also das klingt vor allem realistischer als der Episodenfilm von Berlin, I love you. Den muss man einfach kurz ansprechen. Also, liebe Macher von dem Film, der Titel ist leider schon falsch. Aber niemand in Berlin würde das sagen. Berlin ist eher das Seven Liars, muss man sagen. Und so wie hier im Späti, so ist das Leben doch. Unsere Schwächen sind unsere Stärken, will ich nur mal sagen. Und damit spielen wir. Und ihr werdet, wenn ihr diesen Film und die Episoden gesehen habt, nicht nur die Berliner lieben, sondern auch Berlin lieben und die Schauspieler lieben. Ja, also ich freue mich riesig auf den Film. Wohin geht es mit dem Film? Soll er ins Kino kommen, bei Netflix laufen, bei, weiß ich nicht, YouTube? Ja gut, Kino und Netflix, das ist die Oberliga. Ich weiß nicht, ob wir das schaffen. Probieren werden wir es auf jeden Fall. Aber vielleicht ist das sozusagen das Entree in das, was danach kommen wird. Ich könnte mir also sehr gut vorstellen, dass das Format eine Staffel 2 vertragen können. Und die spätestens landet dann bei Netflix. Ob es im Öffentlich-Rechtlichen landet, weiß ich nicht. Dafür sind wir nicht quotengerecht genug. Aber das ist uns wurscht. Wir wollen nämlich gute Filme machen. Und da muss man nicht nur im Öffentlich-Rechtlichen für unterwegs sein. Ja, das klingt sehr spannend. Und was auch spannend klingt, ihr müsst das ja alles irgendwie finanzieren. Es gibt eine Kampagne. Richtig? Ja gut, das ist das, was Filmemacher neuerdings machen. In der Vergangenheit hat man irgendwelche öffentliche Förderungen bekommen. Auf die haben wir es jetzt mal nicht abgesehen. Und anstatt in den eigenen Geldbeutel ausschließlich zu greifen, denn anders als der Glaube so sagt, wir Filmemacher finanzieren das im Regelfall selber, hoffen wir auf eure Unterstützung. Filmemachen kostet Geld. No Budget oder Low Budget gibt es nicht. Es ist immer nur die Frage, wer zahlt das alles. Und damit wir richtig gute Filme machen können und uns dabei keine Vorschriften zu machen brauchen, lassen brauchen wir natürlich Geld. Und das Geld beschaffen wir uns über eine Crowdfunding-Kampagne bei Startnext. Die startet im August. Da werden die Einzelepisoden auch nochmal vorgestellt, sodass jeder seinen Lieblingsfilm sponsern kann. Ja, das klingt doch gut. Ich gucke gleich mal rein, was es da alles gibt. Und ich freue mich sehr darauf. Danke, lieber Bodo Heiß. Und ja. Ich wollte noch was sagen. Seven Liars googeln. Da findet ihr alles über uns. Da findet ihr die Webseite. Da findet ihr Filme von uns. Und da findet ihr auch die Startnext-Kampagne. Ja, danke schön. Und ihr habt auch Instagram, habe ich gehört. Das komplette Programm Facebook, Instagram. Schlag mich tot. Ja, herrlich. Ja, dann, danke schön. Ich war nicht mehr da. Ja, gerne. Stoßt mir an. Ja, liebe Zuschauer. Das war es mal wieder mit einer tollen Folge Panoptikum. Dieses Mal aus dem Späti bei Dennis. Beste Mann. Danke nochmal dafür. Kein Problem. Und ja, sag mal, David, was ist eigentlich mit Katrin? Wo ist sie denn? Ich meine, ja, Katrin. Natürlich haben wir Katrin nicht vergessen. Aber Katrin hat eine gute Alternative gefunden für die Sommermonate und ist natürlich nach Frankreich gereist, passend zu unserer Musik. Und hat uns ein kleines Video geschickt. Ja, genau. Wir sehen es uns gleich an. Und natürlich kommt Katrin wieder zurück. Und zwar im Oktober, November, Dezember gibt es dann wieder Live-Shows. Ihr erfährt mehr im Internet. Und dann auch mit Katrin. Hören wir uns mal an, was Katrin gesagt hat. Hi, Leute. Liebe Grüße nach Berlin. Ich kann leider nicht dabei sein. Ich bin so traurig. Vor allen Dingen, ihr seid heute in einem wirklich schönen Ort. Nämlich ein Späti. Den Berliner Späti, den echten Berliner Späti. Da kann ich natürlich hier nicht mithalten. Ich bin hier in Paris. Und da ich so traurig war, dass ich nicht bei euch sein kann, muss ich hier erstmal ganz, ganz viel shoppen. Ich weiß gar nicht, was ich damit machen soll. Aber ich glaube, ich will einfach weiter shoppen. Weil ich wollte eigentlich in so eine schöne Kirche gehen, die heißt Notre Dame. Und irgendwie war da so eine Baustelle. Ich konnte da einfach nicht rein. Wisst ihr eigentlich, was da passiert ist? Naja, ist auch egal. Jedenfalls, ja, nicht so viel Shisha rauchen in einer Bar, wisst du? Da im Späti. Ist nicht so gesund, habe ich gehört. Ja, jedenfalls wisst ihr euch in eine ganz, ganz tolle Panoptikumsshow. Diesmal ohne mich, ja. Ich grüße euch ganz viel aus Paris. Und ja, es regnet gerade. Ich bin ein bisschen nass geworden. Aber macht nichts. Ich habe genug Klamotten dabei, gekauft. Und genau, und jetzt wünsche ich euch eine ganz geile Show. Ich denke an euch. Und bei der nächsten Show bin ich wieder live dabei mit Panoptikum. Und ich habe euch ganz so lieb. Bis dann noch. Ciao. Tja, naja, und wir sind hier. Aber auch schön hier bei Denny's im Späti. Und bald muss ich wieder zurückkommen ins Studio. Und dann geht es wieder ab mit Panoptikum. Genau. Und zwar bei Alex Berlin live im Studio. Ja, wir freuen uns auf euch. Und wenn ihr irgendwelche Informationen haben wollt, kommt auf die Website. Und wir sehen euch wieder im Herbst und Winter im Studio. Macht's gut. Tschüss. Tja, 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 tja Untertitelung des ZDF für funk, 2017